Willkommen damit zu einer neuen Folge Quick Survival Games Wirklich, heute wollte ich eine kleine Ansage an den GOME HD Server machen Ich hab einfach keine Ahnung, was ich sagen soll Aber zuerst wollte ich ein Thema ansprechen, was ich wirklich interessant finde Easy Erstmal hat mich der PS HD Player, keine Ahnung wie er hieß Aufmerksam gemacht, dass ich nicht mehr likegeil bin Also ich weiß nicht, ähm, vor... Ich hab ja zwei Monate YouTube gequittet Hat einfach aufgehört, wieder zu produzieren Penis, Huansohn Und seitdem bettel ich nicht mehr so arg nach Likes Und das ist irgendwie komisch Es passt einfach nicht mehr zu mir Oh mein Gott Easy getwreckt, nigger Huansohn Eigentlich wollte ich eine Ansage an den GOME HD Server machen Denn Snogs hat mir versprochen Wenn ich 40.000 Klicks im Monat mache Bekomme ich den Premium Plus Rang Und ich bekomme easy monatlich 40.000 Klicks Also her mit dem Rang, du Hurensohn Ich kann wetten, nach diesem Video werde ich sowieso gebannt Ah ne, er hackt auf gar keinen Fall Also GG Nice